Hallo und herzlich willkommen zu, äh, äh, wo sind wir hier? Herzlich willkommen zu den 53. Hungerspielen! Was? Was? Wo sind hier Hungerspiele? Hast du die Tribute von Panem nicht gesehen? Nein. 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 Wir sind hier bei den Bauernkämpfen. Das ist ein Bauer und, äh, warte. Und du bist ein Bauer. Ich bin, ich bin ein Bauer. Ich sehe auf jeden Bauer aus. Ja, natürlich. Ich bin ein Bauer Horst und du bist ein Bauer, äh, Friedrich. Okay. Na? Nicht Manfred? Nein. Nein, Bauer Rot und Bauer Blau, quasi. Okay. Äh, haben beide Schweine. Habe ich eigentlich mehr Schweine als du? Bin ich ein, bin ich ein Großbauer? Äh, äh, ich würde sagen, wir beeilen uns eigentlich jetzt mal. Ja, weil wir verlinnen schon wieder mal. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Auf die Kriegsfläche, quasi. So. Wo sieht das geil aus hier? Ich bin auf einem Haus gespawnt. Ja, ich auch. Achso, wir sollten vielleicht noch... Springe ich runter. Ich nehme erst mal 10 Minuten nur auf. Ja, wir machen jetzt 10 Minuten Friedensphase. Genau, 10 Minuten Friedensphase. Und da, äh, ja, nach den 10 Minuten geht es halt richtig los. Quasi. Ähm, ist das hier ein Grasblock schon? Oder ist das Wolle? Äh, ich kann dir gerade nicht helfen. Das ist Wolle, okay. Das wäre auch zu schade, wenn ich dir helfen könnte. Die grünen Wollblöcke kann man dann durch Erde austauschen. Hab ich erfahren. Hier habe ich zum Beispiel einen Grasblock. Ich nehme jetzt schon mal den Grasblock. Der kann sich dann schon mal verbreitern. Und mit diesem Grasblock werden dann hier irgendwann Schweine spawnen, damit wir auch, äh, Essen haben. Und das wird dringend nötig sein. Ähm, ja. Ja, einfach weil wir Hunger haben werden demnächst. Was soll man damit machen mit dem Glasblock? Potion of Regeneration. Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ist nicht so schlimm. Passiert mir öfters. Also ich habe gleich schon keinen Hunger mehr. Ja, ich habe schon keinen mehr. Ich gucke schon, wo man hier Essen herkriegt. Warte mal hier. Kleine Karotte. Wo war das denn eben? Schmeckt gut. Plus zwei Hunger. Ein Jahr altes Fleisch. Hm, naja. Bacon. Hammergeil. Das ist halt reichen. Man, für ein Gold ein Bacon. Oh, ich liebe ja Bacon. So eine wollte ich schon immer haben. So eine wollte ich schon immer haben, ja. Oh, hier sind Diamanten. Oh. Echt? Bist du schon in der Mitte? Nein, äh, hinten ist einer gespawnt gerade. Oh, tatsächlich. Also jede Minute spawnt ja einer. Ich werfe mir die grünen Wolli weg. Haben wir eigentlich noch Kisten, wo wir die Sache reinpacken können? Weil ich möchte meine Sachen ungern verlieren. Also ich glaube nicht. So viel gibt es da auch gar nicht. So viel gibt es da auch nicht. Da habe ich mein ganzes Inventar schon fast voller. Sie wird zu geschissen. Ich hole mir mal ein bisschen Dirt hier. Ah, hier gibt es Wood. Oh, jetzt habe ich genug Dirt. Soll ich mir jetzt? Ich baue mich jetzt da rüber. Ich fange direkt mal an. Mit einem sicheren, sicheren Dreierweg. Darf man sich was craften? Nein, man darf sich nichts craften stattdessen. Was ist das? Ähm, so kleine Information, äh, ist die V1.1, also quasi noch ungetesteter Alpha, will ich mal sagen. Ähm, wir spielen das hier als, ich glaube einer der ersten, ich weiß ja nicht wann der Post rausgekommen ist, ich habe jetzt nicht geschaut. Ähm, scheint aber noch relativ neu zu sein, die Map. Die Bauernspiele. Ich glaube jetzt so ein Monat oder einen halben Monat ist die erste halt. Könnte man theoretisch auch auf so einem, ähm, ja. Da gibt es aber ja auch andere Maps von, wollte ich nochmal da merken. Okay, da können wir ja mal schauen. Äh, könnte man eigentlich auch als, äh, Arkadispiel, fällt mir so auf, könnte man eigentlich auch als Arkadispiel benutzen, oder? Ja. So auf High-C oder so. Finde ich jetzt. Ich bin mir sicher, sowas wird, au, ich werde beschossen. Also das ist auf jeden Fall eine geile Idee, äh, in der Mitte. Bist du in der Mitte? Ich bin fast in der Mitte. Auah. Ja, du solltest beschossen werden. Hallo. Ich brauche mal eine Waffe. Wir haben ja Friedensfahrt, jetzt rechnen die sich zu mir. Ja, 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 ja. Aber ich habe mir erstmal hier, äh, einen Dreierweg gebaut, damit ich erstmal nicht so schnell runterfalle, weißt du? Oh, ich fall runter. Nein, 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 nein. Ah, verdammte Scheiße. Ey, sowas sagt man aber nicht. Oh, Entschuldigung. Gut, ich bin runtergefallen. Shit happens. Aber hier habe ich ja schon wieder ein bisschen was Neues. Ähm. Warte mal, ich mache mir hier das Ding noch voll. Ich bin mir sicher, ich gehe erstmal nach hinten. So. Oh, hier war ja schon wieder so. Ich habe schon ein bisschen was. Und die, die das Gras wächst auch gerade nicht weiter. Ich weiß nicht, warum. Ist aber auch nicht so schön. Ich nehme mir noch einen Grasblock und platziere ihn noch auf die andere Seite. Essen habe ich noch. Ähm. Wie bringe ich den Porkchop her? Es wäre eigentlich lustig gewesen, wenn wir, äh, das getrennt aufgenommen hätten. Übrigens, Fim sind wieder auf, ne? Nur so zur Information. Ja, genau. Natürlich. Was mich da gerade so ein bisschen daran erinnert, das ist eigentlich eine größere Version von Skyblock. So ein bisschen. Skyblock? Ja, aber da musste man ja über das, äh, überlegen kämpfen. Ähm, ja. Können wir eigentlich Skyblock mal spielen? Hättest du da Bock drauf? Ja, ich, ich weiß nicht. Das wäre dann eher so, so ein Tacket-Ersatz eher, oder? Meinst du nicht? Hm, nicht unbedingt. Oder was in der Art? Hey. Also wäre eine, wenn Überlegung, äh, Überlegung wert, weil das, dafür muss man ja auch ein, äh, ein paar, paar Folgen aufwenden. Ja, also schon so Skyblock, äh, ehe du das fertig hast, alle Aufgaben, hast du schon ein paar Folgen zusammen. Ich gucke gerade mal, wo gibt's denn hier? Ah, hier gibt's Rüstung. Achso, kacke. Warte mal. Die, das war mal mein Pferd. Protection. Pistolen, Kugeln, aha. Nein, ich gucke ein bisschen durch. Ich hoffe, sie schützt wirklich. Protection 1, Protection 1, Protection 2. Epic as a Motherfucker. Was ist das denn? Okay. Äh, was gibt's hier nochmal als Waffen? Das ist eine... Hacke von Opa, Sharpness 1, danke Opa. Hacke des Bauern, Sharpness 2. Noch ein wenig Dreck dran, aber passt schon. Das ist geil. Okay. Die kann ich mir eigentlich gerade mal holen sogar. Bei mir ist schon ein Creeper. Bauernhacke. Ähm. Dürfte aber eigentlich nicht spawnen. Ich hab die Mopspawn ausgemacht. Hier sind aber auch Spinnen und Endermen. Männer. Bei mir auf der Seite. Das ist schlecht. Ich glaub die Mopspa... Warte mal. A slash... Do... Ne, warte mal. Game... Rule... Do... Mobloot... Mob Spawning... False. Das dürfte es eigentlich sein. Warte, ich gucke gleich mal. Äh, die sind immer noch welche. Die Mops... Ja, jetzt müssen wir die Mops, die schon gespawnt sind, runterschmeißen erst mal. Was ist mit dieser grünen Wolle, die hilft? Darf man die abhauen? Die darf man gegen einen Grasblock ersetzen. Den kriegst du auch zu kaufen. Alter, ich bin fast tot. WTF? Ich sag doch, bei mir sind auch immer noch Spinnen und Endermen. Ähm, ich muss jetzt mal was essen. Den Mobloot schmeißen wir jetzt gerade mal runter. Ja, die musst du töten auf jeden Fall jetzt. Weil... Haben wir jetzt nicht aufgepasst. Ja, die muss ich töten auf jeden Fall. Äh, wächst der Grasblock? Piss dich, piss dich. Ich sehe den Grasblock gar nicht. Vorher Nacht ist es so dunkel. Wächst... Wächst er hier? Wie sieht man? Oh. Ich glaube, dass der Grasblock... Der wächst aber noch nicht so, wie es aussieht. Was gibt's hier noch? Oh, da gucken wir nochmal. Äh, gehen wir nochmal hinters Haus und holen uns nochmal ein bisschen... Spawn zurück. Alter, ist hier viel. Alter, ist da viel. Heilige Scheiße. Ja, und da kommt halt... Jede Sekunde kommt da eine Kupfermünze raus. Alle 10 Sekunden eine Silbermünze. Alle 30 Sekunden eine Goldmünze. Und... Und... Jede... Minute? Oder alle 2 Minuten eine Diamantmünze, glaube ich. So war... Ich frage mich, äh... Ich habe gar keine Spitzhacke gesehen. Wie soll man... Wie soll man die Spitz... Äh, wie soll man den Obsidian Block abbauen? Äh... Oder gibt's hier Spitzhacke? Ach doch, hier gibt's hier Spitzhacke. Hier gibt's Spitzhacke. Hab ich auch gesehen. Ja, aber nur eine. Die habe ich überflogen. Die habe ich überflogen. Ist hier Raw? Nein, hier gibt's kein Raw. Ähm... Okay. Das gibt's auch gegen Eisen. Oh, ne? Und das gibt's auch gegen Gold. Okay. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen, äh, Rüstung. Ja, du kannst mir... Du hast recht, wir hätten echt nicht im Team-Speak aufnehmen dürfen. Warum? Weil ich weiß jetzt alles, was du so zum Beispiel machst. Das ist echt... Oh Gott, der Enderman. Der Enderman. Der Enderman. Enderman. Aua, aua, aua. Ah, shit! Okay, das war... Hast du den ganzen Saft verloren? Äh, bisschen was liegt noch da. Was? Ey, jetzt ist der Enderman hier oben, ne? Das geht's mir an. Ja, pff, ein bisschen was ist runtergefallen, ne? Aber... Kann man nix machen. Boah, ich muss den Enderman hier runterkriegen. Das nervt mich. Oh, ne, die krieg ich nicht. Das nervt mich, Alter. Was macht der Enderman hier oben, Alter? Boy. Danke, Opa. Leck mir doch. Die Tokusmesser. Äh, doi. Damit würde ich echt zum Arzt gehen, Alter. So, jetzt ist der Enderman tot, alles ist cool. Hast du auch noch big problems? Äh, ein paar, aber... Wie die Skelette, die hier... Kacke. Ja, es ist halt Nacht, ne? Wupp, wupp. Ich hatte überhaupt nichts dabei. Alter, die Skelette, die gehen mir jetzt schon auf den Fiss. Mal gucken, ne? Alter. Ich hatte alles dabei. Wie schießen die denn? ETF? Wo war denn? Alter, das ist ja mega. Was, was, was ist eigentlich das Ende vom Lied hier? Das hab ich... Du gewinnst. Ja, aber was gewinnen? Ich guck grad mal auf der Website nach, so ganz easy. Ja, mal eben, nehm, bei. Easy. Mach mal lockere. Ganz kein Moment. Das haben wir gleich, Alter. Das haben wir gleich. Ich glaub, die 10 Minuten sind gleich auch schon wieder rum, ne? Ähm, wir haben jetzt 10 Minuten, ja. Moment. Hinter eurem Haus... Ach, ne, Quatsch. Äh, der Obsidianblock, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Wir müssen den Obsidianblock abbauen. Wofür, was kriegt man denn hier in der Spitzhacke? Diamantentacke des Feuers. Ja gut, dann müssen erstmal Schweinchen spawnen. Na gut. Äh, das sehen wir aber alles in der nächsten Folge, würd ich mal so sagen. Vielleicht machen wir auch mehrere Parts jetzt draus, wenn wir merken, dass, äh, dass es doch jetzt so schnell vorbei geht. Ja, mal schauen. So, ich glaub, mit 2 kommen wir nicht weiter, oder? Ähm, ich wiss es nicht. Ich wiss es nicht. Keine Ahnung. Äh, kommt dann aber auch nur einmal in der Woche wegen Bambus-Internet, hast du nicht gesehen, ne? Dies, das. Also theoretisch könnte ich das alles morgen Sonntag hochladen. Naja, nehm dir aber nicht zu viel vor. Also am Ende ist es wieder scheiße und dann ist es scheiße. Weil es scheiße ist. Dann ist es scheiße? Okay. Ne, verstehst du? Okay, verstehe. Also wir werden das sehen, wie wir das machen, ne? Jop. Und so weiter. Äh, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.